Hallo meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung, es gibt noch eine Folge Waro, wieder mal die dreißigste mit Paluten und wir connecten. Hallo, okay, Operation, OP-Apfel? Ja, genau, OP, OP. Ich habe 13 Gold und du? Ich habe jetzt 6. Okay, damit haben wir 19 und wie viel haben wir noch? 51 haben wir schon insgesamt. 53? 52. Ah, verdammt, da fehlt einer. Einer? Mehr, wenn wir 52 haben, 19, 72 brauchen wir, dann fehlt nur noch ein Gold. Was der Typ rechnen kann im Kopf, ne? Heavy Shit, hallo, the Mega-Bread. Wahrscheinlich ist es sogar auch noch falsch, aber nee, das muss eigentlich nicht stimmen. Aber das ist auch das Problem, ganz ehrlich, wenn du viel mit dem Taschenrechner rechnest, dann bin ich so ein Kind von. Ich auch und dann dieses Kopfrechnen fällt einem dann sowas von schwer, das ist wirklich mehr als traurig. Oh, sorry, sorry, ich dachte mir, du hast mal einen kleinen Slap von mir. Ich wollte ein bisschen, weil du so ein guter Rundrechner bist, ey. Wollte vordrängeln. Ich habe immer Angst vor diesem Min, ey, das ist, ich bin ja ängstlichste Mensch der Welt. Hallo? Haben wir hier schon? Nee, aber hier noch nicht. Oh, oh, wer bist du denn? Hallo. Aua. Ich schwöre wieder. Guter Freund von mir, ich merke nur, wie du dich da hinten bockst, ey. Ja, das ist Andi. Andi, ein guter Freund von mir. Andi die Kralle, oder was? Wollte mal, ich habe, er muss meine Fackeln immer wieder mitnehmen. Komm mit, komm mit Fackel. Ich habe so ein bisschen Kohle so einsammelt. Aber warte mal, ach hier bist du, hey. Hi, na, ich bin da schon mal runter. Blub, wuh. Zack. Na. Oh, Alter, hier ist die jetzt. Nee, 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 nee. Aber hier ist auch so schon? Ach, weil hier Lava ist wahrscheinlich. Du bist so lang, da hinten, okay, dann gehe ich mal parallel zu dir. Hier ist auch wieder. Oh, ich habe Gold. Nice. Ich habe Gold. Dann haben wir einen O-P-Apfel. Perfekt. Ich habe hier Brote. Ach, in der Kiste? Brote und Kohle, ja. Aber Kohle kann ich nicht mitnehmen. Oh, dann bin ich auch mal mit dir. Hallo, Fackel? Wir können ja mal so eine Kiste sichern, die so in der Lohre ist. Ist ja auch witzig, bestimmt. Kann man hier nochmal noch ein bisschen was gucken? Auf welcher Höhe sind wir denn überhaupt? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und das ist riesig, dieses Ding, Alter. Ja, es ist wirklich ziemlich sick. Also, warte, dann können wir doch jetzt ein Dings machen. Gold-Apfel. Ja, ja, genau. Dann, warte. Bauen wir dich mal kurz hier durch? Oh, hier ist noch mehr Gold. Oh, das ist nice. Hä? Bist du unter mir? Kann sein. Mal hier runter. Hi. Hier ist auch Lava, vorsichtig. Genau, lass uns mal lieber ein Stück weg von der Lava. Nicht, dass uns da noch irgendwas reinkriegt. True Dead. Gehen wir mal hier. Aber das kann ich... Ah, nee. Crafting-Table hast du? Äh, Crafting? Achso, nee, kann ich schnell machen. Aber doch, habe ich dabei. Ja, nice. Aber erst mal das hier. Stimmt. Hast du Kohle? Jo. Das ist vorbildlich. Muss ich mal gut vorbereiten. Ich bin... Ich glaube, da kommt jemand, oder? Ja, da hat es gerade gerumst. Hä? Hallo? Ist okay? Meine Güte, ey. Du machst einfach gar kein Damage. Ich kriege nur die ganze Zeit mit mich von der Seite ein, wo ich geknöbelt werde. Apropos, ich habe nur elf Pfeile. Willst du mir mal welche abgeben? So ein bisschen? Das ist gar nicht hart. Stopp. Stopp. Wo kommen wir denn da hin? So. Wie viel hast du? 45? 43. Ja, alles easy. Alles super. Okay. Ich habe auch nur knapp mehr. Also damit sollten wir auf jeden Fall schon zumindest einen Einkampf mit ganz, ganz vielen Pfeilen bestreiten. Das ist schon mal gut. Beide Power 3. Ein OP-Apfel. So, den Rest kann ich schon mal anfangen zu craften. Ich gehe nur ein Stück weiter. Ich gucke hier einfach mal hin. Vielleicht sind hier ja noch Diamanten, obwohl... Oh, hier sind sogar Diamanten. Goldblöcke brauchen wir, ne? Äh, jo. Zack, gib mir die Diamanten, Digga. Punkt. Ich habe acht Diamanten, keine Ahnung, woher. Äh, Malte hatte noch fünf. Okay. Ja, läuft. Ich weiß zwar nicht, was wir mit denen großartig anstellen können. Weil wir Diamanten haben, weil wir Sieg sind. Zack, was ist hier unten noch? Die Ars? Ne, ein bisschen Redstone. So, so, so. So, so, so. Ich weiß, es gibt diese Taktik, wie man dann irgendwie sein Ding perfekt da ziehen kann und sowas, aber... Was für eine Taktik? Ja, es gibt doch irgendwie so ein, so ein, irgendwie STRG gedrückt halten oder so und dann... Okay. Kannst du... Diese ganzen perfide Drückshaussicht bei Deutsch. Also, da haben... Jetzt will so ein paar Twitter-Fragen. Twitter-Fragen. Ernie B. Fragen? Wer wird Bundeskanzler? Wann sind eigentlich wieder Wahlen? So, wir haben einen OP-Apfel. Haben wir einen Teigzimmer? Mhm, hier. Ha! Das ist nicht... Das ist der OP-Apfel? Das ist der OP-Apfel. Ist mal. Ist mal. Oh, tatsächlich. Oh, nee, nee, nee. Ich kann mit der Verantwortung nicht umgehen. Nimm du ihn. Ich bin prädestiniert dafür, die Sachen dann aus Versehen zu essen. Okay. Ich hatte mal in der Survival-Games-Runde so drei Fläschchen und dann bin ich so durch mein Dingens geswitcht und dann waren wir so pam, 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 alle Fläschchen mit Full-HP auf den Boden geworfen. Ich dachte so, oh, 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 das ist so ein Toome-Stück. Ich meine, wenn wir schon noch hier unten sind, wir können ja ein bisschen erkundigen, wenn wir... Äh, erkundigen, erkunden, wenn wir Gold sehen... Ja, wir können auf jeden Fall hier noch weiter. Wenn wir Gold sehen, einfach mal mitnehmen. Ich meine, ey, es ist echt nicht schwierig, Gold zu farben eigentlich. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber ich meine, wie viel haben wir jetzt noch? Sieben. Nee, aber wir werden jetzt keine... Nee, 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 aber ich meine... 65 bräuchten wir dann noch. Das passiert, das passiert. Äh, kennst du schon den Profi, der während der Aufnahme sein Facebook offen lässt und die ganze Zeit Geräusche kommen? Ja, genau. Ich bin bei der Name. Wihuuu! Guter Mann, guter Mann. Und wo ist Facebook offen? Genau, super, danke schön. Tschüss. Oh, oh, das hattest du gefunden. Ja, ach, hier ist noch Kohle drin. Achso, ja, das Ding. Genau, die Lohle. Äh, was ging da in der Höhle noch? Äh, in der Höhle ging eigentlich nichts mehr. Da ist alles schon... Da habe ich eigentlich alles abgegrast. Da geht es auch, glaube ich, gar nicht richtig weiter. Äh, hier durch. Wo, wo, hier durch? Hier, hallo. Da ist noch so unausgeleuchtet. Ah, okay. Ja, gerne doch. Hier sieht es auf jeden Fall... Oh, ey, wie weit das geht. Das ist so krank. Hier noch was? Nee. Hier drüber ist ein Wasser. Okay. Das ist auch ein bisschen... Das haben wir hier, aber leider keine... Äh! Super Turbo Palibu! Das ist der schnellste... Oh, nee, der Ursain Bolt, ey, der weint hier zu viel durch Russia, ey. Der hat Angst, ey, dass ich da auch doch nochmal irgendwo antrete. Zack, jetzt mach das doch mal zu! So. Jetzt haben wir hier oben noch nichts. Hallo! Hi, na? Da komme ich gerade. Wee! Äh, da warst du gerade drin. Aber hier, hier, hier ist nichts. Ich gehe nochmal kurz in diese kleinen Seifenhöhlen hier. Ja, ich folge dir unauffällig. Pff, unauffällig. Hi! Da ist wieder der Unterhosen-Zombie. Vorsichtig. Wir können noch gefährlich werden. Uh, komm hier. Da ist Gold. Das ist hier. Oh, da ist Gold. Okay, nice. Hier ist auch schon wieder so ein Weg. Ich mache mal ein bisschen Licht hier. Zack. Und... Oh Gott, das ist wieder so ein ekelhafter Sprung. Aber den kann man schaffen. Hui! Den kann man schaffen. Aber, weißt du, den Luxus leiste ich mir ja, da einfach so längst zu gehen. Komm, wir nochmal hier. Ich kann Platz im Momentar anscheinend. So, da. Das geht hier noch was. Die hier oben? Wo höre ich auch wieder Viechen? Hier ist nur Eisen. Da unter den Schienen ist auch noch was. Ich gehe nochmal hier längs. Da auch nochmal. Das ist aber kein Gold hier. Ne. Ich höre hier auch schon wieder edendig viele Zombies. Die hier lang? Ich gehe jetzt einmal durch. Ey, wie... Wie große Minenschächte einfach sein können. Ja, das ist so abartig. Ja, irgendwie so alle auf der ganzen Map. Nur mal gucken, dass wir uns vielleicht gegen Ende der Folge so ein bisschen in Richtung Spawn bewegen. Ja, ja, auf jeden Fall. Damit wir nicht irgendwie das Vergnügen mit der Wand haben. Denn die Wand ist dann ja durchgängig dick. Ja, ja, die Smash-Line. Die Smash-Line. Oder du bist dann eben... Oh, wo bist du genau? Oh, Alter! Ich habe... Ich bin auch extrem weit weg von dir wieder. Kost spannend, wie Burtzman sagen würde. Ja, ich sehe dich doch da. Okay, okay. Das ist alles gerade bloß ein bisschen dunkel. Oh, hier ist Gold. Hallo, Name ist der Gold? Gold-Jagd. Oh, aber mein Inventar ist voll. Ich weiß nicht, ob ich vorhin das Gold vorhin eingesammelt habe. Das ist natürlich jetzt ein bisschen tragisch. Das ist wahrscheinlich nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob ich da das ganze Gold... Oder ob ich überhaupt noch mal Gold gefunden habe. Oh, Unterhosen-Zombie! Alter, du bist... Der verfolgt mich. Vor allen Dingen immer die mit der Ohne-Hose. Das sind immer die Ersten, ey. Hier ist dann irgendwo... Ich mache mal kurz MLG-Water-Action hier. Oh, oh, hier ist eine Kiste. Oh, yeah! Ein Dia! Wuhu! Echt? Ja. Nice. Oh, da sind noch mehr Dias. Echt? Richtig mieser. Was sollen wir denn mit den Dias machen? Also, könnten wir nicht noch irgendwie... Wir könnten doch einfach... Nee, hochlevelig verzaubern und dann hoffen, dass da irgendwie noch was... Was ist denn hier, warum ist das immer so hell geworden? Sieht man das im Server mit uns? Äh, nee. Weil könnte man... Oh, au! Au! Hier ist Gold. Nice. Ich switch hier immer mein Inventar. Wieso habe ich hier eigentlich Cobblestone drin? Kann mir das von euch bitte mal jemand... Guckt mal rechts da vorne. Seht ihr den ein? Wieso hat er Palunen? Werde... Cobblestone. Hier sind richtig viele auch noch, Alter. So, jetzt nochmal irgendwas sinnfrei wegwerfen. Das zum Beispiel. Also, so viel Essen. Okay, ich habe noch 23 Melonen. Ich sollte mal eher Melonen essen, weil das Fleisch ist für den Kampf wesentlich besser, dadurch, dass man nicht so oft stehen bleiben muss. Ja. So, kurz angetäuscht. Melonen. So, und auch mein Schwert hält auch noch. Also, Leute, macht euch keine Sorge wegen meinem Schwert. Schwer habe ich auch Arsch viel. Da haben wir sowieso kein Schadness 5 oder sowas in der Richtung Plan. Ne, also das wäre auch ein bisschen too much, glaube ich, inzwischen. Hi! Na? Da unten waren die es. Da unten waren die es. Oh. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir... Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren und wo nicht, Alter. Ich weiß es auch absolut nicht. Ich habe komplett den Überblick verloren. Aber das hier... Hier war ich auf jeden Fall schon mal. Hier unten allerdings, glaube ich, noch nicht. Hier ist aber auch nur ein bisschen Lava. Die finde ich nicht so sympathisch. Hier, da ist eine Lore. Da ist die Lore schon mal. Hier sind zwei Eisen drin. Hi! Die Leute können ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, falls wir nochmal irgendwas verzaubern sollen. Weil ich habe jetzt Protection 1 nur auf... Also ich habe alles in Protection 2. Ich habe auch ein 16 Level halt dadurch. Also es wäre halt schon cool, wenn wir... Ich glaube auch schon. Das ist Endstein. Okay. Wenn wir vielleicht nochmal Bambus finden würden. Ich sage immer Bambus. Zuggerrohr, ne? Ja, ich glaube zumindest, dass es Zuggerrohr ist. So zum Krotzen. Eins von beiden Bambus-Zuggerrohr. Mesh-Zuggerrohr. Finden würden, damit wir halt ein bisschen verzaubern. Hm. Weil ich habe 16 Level, du müsstest auch 20 haben oder sowas. Ja, 21. 21, ja. Also das ist schon eine Menge. Jetzt kann ich mir hier noch ein bisschen mehr... Das ist schon mal ganz gut. Bei wie vielen Minuten sind wir jetzt? Wächst wieder an die Oberfläche? Ähm, wir haben noch 5 Minuten. Ja, wollen wir das dann nicht mal in Angriff nehmen? Ja, können wir machen. Okay, dann lass uns mal treffen. Ich war... Ach, ach, da bist du schon! Hey, ja, ja, ich bin... Hey! Ich bin immer ein bisschen in dem Auge behalten, damit wir uns nicht verlieren. Okay, dann lass uns hier einfach mal nach oben graben. Bibi! So, einfach nach oben. Magst du mal ein bisschen Licht machen? Leid! Dankeschön. Ähm. Nach oben. Mach mal kurz. Wir sind auch schon recht dingsig, dingsig natürlich. Ich hab mal ein paar Knochen noch mitgenommen. Zwecks, äh... Ach nee, das ging gar nicht, ne? Den wachsen zu lassen. Ja, Bambus ging irgendwie nicht. Äh, Zuckerrohr. Zucker, Zuckerbambus. Warte mal, können wir nicht einfach probieren hier ein bisschen weiter? Ne, dann gehen wir hier nach oben. Hallo! Hallo, Herr Kriper. Weil du könntest ja auch die Protection... Wow! Alles gut, alles gut, alles gut. Das bin ich, das bin ich. Ja. Okay. Oh, hier ist auch noch ein Tunnelgang. Warte, den guck ich mir nochmal schnell an. Wir haben ein bisschen Zeit, weil hier ist noch ein bisschen Gold. Der ist nice. Aber ich glaube, wir werden sowieso nicht mehr auf so viel kommen, ne? Wie viel hast du jetzt inzwischen? Äh, 17. Ja, ich hab wieder drei. Dann haben wir fast wieder die Hälfte. Ich weiß ja nicht, was bei dir da die Hälfte ist, Digga. Ja, 75 sind 30. James, ich brauch nicht. James. Danke, danke, danke. Bitte, bitte. Oh, ne. Dann tun wir auf dem Weg nach oben noch ein bisschen was. Da hinten nicht. Ja, ist heißen. Ähm. Du, da hat es bei mir aber gerade ein bisschen gepackt. Das sieht so aus, als wäre ich schon fast oben gewesen. Ey, was packt das denn? Seht ihr das, Leute, auf der Auflage? Ich konnte eben gerade so ein bisschen... Wo? Huhuhu. Ach, das war... Oh, Digga. Erschreckt mich doch nicht so. Ich dachte, hier wäre auf einmal irgendwo Lava. Weil mir wurde... Es wurde nicht angesagt, dass Licht kommt, Digga. So was musst du ansagen. Okay, James hat wieder versagt, ey. Ich habe nur über mein unwürdiges Haupt, Alter. Ja, tut mir leid, ey. Die Gehaltserhöhung, die kannst du aber sowas von... Auf jeden Fall. Ich habe übrigens noch ein Scharpness... Zwei Scharpness-2-Schwerter im Inventar. Drei Scharpness-2-Schwert, ne? Wir könnten sogar ernsthaft ein Scharpness-5-Schwerter in Betracht ziehen. Weil ich habe Scharpness-2 und Scharpness-2... Ja, aber da brauchen wir noch 35 Level oder so. Ja, das wäre... Okay, das stimmt. Die sind halt alle echt damaged. Aber dann könnte man zum Beispiel 1 auf 3 machen. Aber die sind alle damaged. Ich glaube, das ist zu teuer. Ja, die Level würde ich vielleicht lieber irgendwie in Protection stellen. Weil wir könnten uns ja auch einfach einen Helm mit Protection machen. Licht! Danke, das ist gut angesagt. Perfektes Teamwork. Ja, zweimal Protection-1 wäre noch ganz nizza. Auf jeden Fall. Meiner Meinung nach. Weil man kann sich ja einfach noch einen Helm machen auf Protection-1. Und dann kannst du die zusammenmerchen. Ich habe auch einen Protection-1-Helm. Ja, und ich habe ja noch neun Dias. Ich crafte mal einen Helm. Crafte da Protection drauf. Kannst du auch einfach einen Protection-Buch nehmen. Kostet weniger. Okay, oder ja. Also, ich meine, wir können Bücher farmen und dann... Weil ich habe noch... Licht! Ein Protect. Ich habe auch noch Scharpness in diesen ganzen Vier Elefanten. Ja, Scharpness habe ich auch noch. Eins. Aber graben wir uns gerade in irgendeinen fucking Berg? Tut mir leid fürs fucking sagen. Ja, das ist schrecklich. Ich glaube, ich höre jetzt sofort auf. Ich glaube, ich leube mich jetzt aus, Alter. Paluten war zu heftig. Oh, oh, oh. Hier sind wir. Da war ich aber nicht hier. Tada! Da sind wir wieder. Hallo! An der Oberfläche. An der Oberfläche. Ach, guck mal, wo wir rausgekommen sind. Ach, hey! Das ist... Wie geil! Ja, herrlich. Ja, gut. Wir sind nicht weit gekommen. Nee, auf jeden Fall nicht. Im Sumpf sind doch... War doch immer... Da ist doch ganz viel Zuckerrohr, oder? Entschuldige mich da hinten. Nee, das ist alles Gras. Ich hasse... Ich hasse hohes Gras, weil ich verwechsel das immer mit Zuckerrohr auf Distanz. Okay, dann lass uns mal ein bisschen näher... Ist das hier Richtung Spawn? Müsste da sein, glaube ich. Also da war, glaube ich, der... Also andere rechts von dir, im Prinzip. Okay. Boah, ich hätte so gerne einen Sattel. Da hinten die Pferde schon, wie sie da stehen. Da hinten die Pferde... 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 Die droppen leider kein Fleisch, ey. Diese geizigen... Sauerbraten sollten sie mal droppen. Sauerbraten? Ja, ist... Oh, ihr habt mir heute richtig schön... Ein Steak hab ich mir heute mal gegeben. Einfach mal nochmal durch den Sumpf hobbeln. Und mal gucken, ob wir hier was finden. Das stimmt. Ja, genau. Das ist so das Produktivste, was man jetzt gerade machen kann, weil, ich meine, uns gegenseitig töten, das wollen wir nicht. Hier ist nochmal ein bisschen ein kleines Schweini-Max-Schwein, ähnlich, dich töte ich mit der Spitzhack. Schweini! Schweini-Max-Schwein! Stimmt, ich habe auch noch 22 Fleisch, das ist gar nicht so schlecht, also angucken. Haben wir noch Zuckerrohr vielleicht im Eventar? Ne, habe ich nicht. Oh, ich habe 18! Ich habe ja 18! 18 Zuckerrohr habe ich im Eventar! Ja! Sollen wir vielleicht einfach mal gucken, ob wir welche... Oh, da ist der Timer abgelaufen, leider. Sonst würde ich sagen, spawnen wir welche, aber das geht ja nicht weiter, also das bleibt dann ja immer auf dem Stand. Aber naja, ja, ja, ja. Ja, Tomato, das machen wir dann einfach, würde ich sagen, nächste Folge irgendwann mal. Zumindest am Anfang, dann haben wir schon mal was zu tun. Dann wird verzaubert und dann hoffen wir, dass wir ein bisschen Protection noch kriegen, denn sonst sind wir ekelhaft, ekelhaft overpowered. Er hat übrigens noch eine Chest, wenn du willst. Na ja, overpowered, bitte? Er hat übrigens noch eine Chest mit Projectile Protection 2. Und unbreaking. Aber egal, gut. Ja, genau. Disconnecten wir? Okay, stimmt. Disconnecten. Dann sollte es heute mal wieder ein bisschen gewesen sein, ne, Leute? Wenn es euch gefallen hat, wir haben ein bisschen OP-Apfelschinenigans und ja, wenn ihr, lasst eine kleine Bewertung, da ich bin ein bisschen durch den Wind. Ich weiß nicht genau, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch aber dennoch, wie immer, einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao. Boah! Boah! Boah!